Eine azimutale oder parallaktische Montierung, was ist für Sie besser geeignet? Wenn jetzt ein großes Fragezeichen über Ihrem Kopf entsteht, dann bleiben Sie dran, dann ist dieses Video für Sie. In diesem Video soll es um azimutale und parallaktische Montierungen gehen. Wo liegen die Unterschiede und wie bedient man diese Montierungen überhaupt? Wenn Sie noch vor der Entscheidung stehen, sich eine Montierung anzuschaffen, dann ist dieses Video für Sie. Viel Spaß! Zunächst einmal, wie funktionieren eigentlich diese beiden Arten von Montierungen? Die AZ-Montierung kennt eigentlich jeder von einem Fotostativ. Im Wesentlichen haben wir eine Bewegung in der Höhe, also nach oben und nach unten, und eine Bewegung im azimut, also nach rechts oder nach links. Und damit können wir jeden Punkt am Himmel erreichen. Und wenn wir ein Gestirn verfolgen, dann müssen wir ständig in beiden Achsen korrigieren. Eine parallaktische Montierung oder IQ-Montierung funktioniert ein bisschen anders. Auch damit können Sie jeden Punkt am Himmel erreichen, aber anders als bei der AZ-Montierung müssen Sie die IQ-Montierung zuerst parallel zur Erdachse ausrichten. Ja, und dann über die Achsenbewegung die Erddrehung kompensieren. Wenn wir uns die Bewegung der Achse mal anschauen, dann beschreibt sie so einen schönen Kreis. Und das ist auch der scheinbare Kreisbogen, der Ihnen ein Gestirn am Himmel beschreibt. Die Achse, die heißt übrigens Rexhazensionsachse. Und die zweite, die andere Achse, heißt Deklinationsachse. Und sie ist dafür zuständig, die Höhe eines Gestirns einzustellen. Das Prinzip von dieser Montierung hat einen schönen Vorteil. Und zwar, um ein Gestirn zu verfolgen, müssen wir nur eine Achse kontrollieren und nicht beide. Also, zusammengefasst. AZ-Montierung zwei Achsen bewegen, IQ-Montierung eine Achse bewegen. Nun gibt es viele Teleskope auf AZ-Montierung und auch auf EQ-Montierung. Was ist besser? Womit kommt man besser zurecht? Ein Anwalt würde jetzt wahrscheinlich sagen, es kommt drauf an. Deswegen gehen wir die Sache von der anderen Seite an. Was wollen Sie mit Ihrem Teleskop erreichen und wie viel Zeit investieren? Ja, stellen Sie sich vor, es ist ein ganz schöner Sternenhimmel und Sie wollen draußen beobachten, in die Sterne schauen. Dann ist so ein azimuthal aufgestelltes Teleskop ziemlich gut geeignet, denn Sie können es einfach nach draußen tragen, aufstellen und das Teleskop auf irgendeinen Stern richten. Sie müssen vorher nichts ausrichten, nichts bedenken, sondern einfach nur das Objekt auswählen und darauf zielen. Das ist super für Einsteiger, Gelegenheitsbeobachter und auch Kinder. Dobson-Teleskope sind ein Spezialfall unter den azimuthalen Teleskopen. Denn ja, das ist auch ein Teleskop mit einer azimuthalen Montierung, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Sie können das Teleskop in der Höhe verstellen, also nach oben, nach unten, nach links oder auch nach rechts. Und für die Beobachtung, da setzen Sie sich hin und stellen das Objekt ein. Und so Dobson-Teleskope sind verhältnismäßig relativ günstig und haben eine lichtstarke Optik. Falls Sie einmal fotografieren wollen oder Ihre Montierung automatisch dem Gestirn folgen soll, dann ist eine parallaktische Montierung die bessere Wahl. Sie müssen sich ein bisschen mehr mit der Funktionsweise dieser Montierung auseinandersetzen. Zum Beispiel hier an dieser Skala stellen Sie die geografische Breite Ihres Beobachtungsorts ein, die auch der Höhe des Polarsterns entspricht. Und auf diesen richten Sie dann die Rektastensionsachse. Nehmen wir uns nochmal das az-Teleskop vor. Wenn Sie die Achsen lösen, können Sie das Teleskop frei bewegen, zum Beispiel auf den Mond. Bei der Objektsuche benutzen Sie am besten immer ein Sucherfernrohr. In dem Fall ist es ein LED-Sucher mit einem roten leuchtenden Punkt. Und Sie bringen den Punkt überein mit dem Objekt, in dem Fall mit dem Mond. Wenn Sie jetzt durch das Okular blicken, sehen Sie den Mond im Teleskop. Sie müssen den Mond jetzt noch über die Achsen zentrieren und das möglichst feinfühlig. Sie sehen, dass das nicht immer ganz leicht ist. In Teleskopen mit Feinbewegung fällt es ein bisschen leichter. Wenn Sie den Mond jetzt beobachten, wandert er in ein, zwei Minuten aus dem Gesichtsfeld. Und zwar in diesem Fall nach links und nach oben. Über beide Achsen des Teleskops versuchen Sie den Mond jetzt wieder zurückzuholen und feinfühlig in die Gesichtsfeldmitte einzustellen. Schauen wir uns die ganze Sache auch nochmal mit einem EQ-Teleskop an. Achtung! Navigieren Sie nicht über die Höhenschrauben und die AZ-Schrauben zum Objekt, sondern lösen Sie die Achsen vom Teleskop und bewegen Sie den Tubus um die Achsen und navigieren Sie zum Mond oder zum Objekt. Sie schauen wieder durch das Sucherfernrohr, zentrieren den Mond, schließen die Achsen und betätigen dann die beiden Feinwellen der Montierung. Wie der Name schon sagt, können Sie damit das Objekt sehr fein einstellen, zentrieren und verfolgen. Der Mond ist jetzt wieder im Teleskop zu sehen. Wenn Sie jetzt nichts machen, dann wandert der Mond ganz schnell wieder aus dem Gesichtsfeld heraus. Sie sehen, wie er in eine Richtung driftet. Doch Sie haben ja jetzt die Feinbewegung und mit der holen Sie den Mond ganz einfach wieder ins Zentrum zurück. Ein Nachführmotor kann Ihnen diese Aufgabe abnehmen. Der sorgt dann dafür, dass Sie eben nicht mehr an den feinen Wellen drehen müssen und der Mond und andere Objekte dauerhaft im Okular bleiben. Das war unser kleiner Einblick in die Unterschiede von AZ- und EQ-Montierungen. Vielleicht fragen Sie sich, ja, so einen Motor, könnte ich den nicht auch für eine AZ-Montierung haben? Gibt es nicht solche Teleskope auch? Ja, das gibt es tatsächlich im höherpreisigen Bereich. Da gibt es computergesteuerte AZ-Montierungen, die dem Himmel eben folgen. Doch für die Deep-Sky-Astrophotografie brauchen Sie auf jeden Fall eine gute EQ-Montierung. Für die visuelle Beobachtung reicht immer eine AZ-Montierung oder eben auch ein Dobson-Teleskop. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und viel Spaß bei der Beobachtung. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017